so da bin ich und ja ja normalerweise vorab oder ja nicht gestern stream aber den ganzen tag verpennt kann passieren so was ich noch beim letzten mal machen musste erstmal wir haben ja noch bursa fertig gemacht beim ersten mal oder beim letzten mal gesagt im ersten level muss ich noch den münz sternen was ich noch nicht gemacht hatte ich bin auf youtube auch willkommen blablabla so wie immer naja das kennen wir nichts neues das längste hat glaube ich hier dringend dauert den anderen stellen zu holen hier brauchen wir halt noch die münzstern oder hatte ich den schon geholt ich weiß das gerade gar nicht mehr ja bleib hier ich glaube die meisten münzen hängen in der luft glaube ich zumindest quasi nicht glaube ich nur naja wenn wir das aber so machen die kamera nervt das war immer noch das ätzende aber eigentlich ist es ein geiler teil hallo wie sie gucken der so runter jetzt macht die bomben da auch immer wieder auf ja aber auch nur münzen naja puf hallo ouch ich bin auch zu doof die bombe zu kriegen typisch ich höre ich mich nicht mehr jetzt höre ich mich wieder du 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 das kann nicht gab es überhaupt was drin ne hm 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 du 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 okay ach komm ich hing schon an der kante und drück natürlich runter ich sage diese steuerung war so wie geht tschüss 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 hm 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 okay das wusste ich noch gar nicht das habe ich nicht gewusst dass da einer drin ist hier noch irgendwas weg hallo ketten und ich habe schon wieder zu früh gedrückt eben und das auch das war zu doof ich habe hier noch gar nicht drauf geguckt gar nichts naja hat so ist er spielt so oft mit der kamera rum irgendwie man sollte sich auch immer richtig reinsteigen genau wow ok ich kann es ja nicht richtig rauf ohne getroffen zu werden eigentlich naja egal zack ach nö ist das dein ernst jetzt ouch ach man ok irgendwie will der controller gar nicht ne kann das sein mhm hä wie macht er bei mir die doppelsprünge nicht ah jetzt ok weiß gar nicht das war eh nie was hier ich weiß auch gar nicht wofür die generell waren hm 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 dh 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 k keine ahnung man kann sie halt platt machen ja es passiert garnichts aß ich treffe auch nicht Dann passiert sowieso nix. Ach man. Ich hab's doch mit der Steuerung immer. Ich bin auch echt immer und immer und immer wieder vorbei. Okay, passiert halt echt nix. Ist halt nur mit den gleichen Bäumen so. So wie hier wieder angereiht. Und hier passiert auch nix. Wow. Vorher als Kind hab ich das nie rumprobiert. Aber jetzt? Egal. Weg. Ja komm. Hier bin ich. Hier bin ich. Und da ist Wasser. Oder was das auch immer sein soll. Seh nix. Genau. Genau. Danke Kamera. Tut das not, dass man nix sieht? Oh man. Wie oft bin ich dran vorbeigebauten auf meinen PS7 dreimal? Naja. Und hier war noch ein PS. Ach ja, die leben, wenn ihr resettet, wenn man wieder anfängt, ne? War das nicht so? Aber ich hatte eigentlich ein paar mehr. Aber egal. Dann ist das eben so. Ja, genau. Dreh dich da lang, wo du gar nicht lang laufen willst. Diese Kamera. Und drunter. Mhm. Zwei Kugeln. Habe ich auch sehr selten. Dass dann nicht drei Sonnen und zwei Kugeln immer sind. Zumindest hatte ich noch nie gehabt. Hier bin ich. Danke. Ah ja. Genau, natürlich nix drin. Hier irgendwas dran. Wahrscheinlich auch wieder nix. Nö. Muss mal ganz kurz was machen. Ups. Falsches Powerbild. Falscher Pause, bitte. Äh. Okay. Okay. Okay, 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 okay. So. Kann ich auch nicht hinmachen. Brauche ich ihn, aber gut. Gut. Die, 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 die. Hallo. Tja. Und da geht es halt noch weiter. Leute. Hier sind noch welche. Die letzten sind halt echt oben in der Luft, ne? Die, 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 die. Zack. Ja. Habe ich schon. Ich glaube auch recht, das ist der schwerste, ne? Hier kommt doch ein Hundstern raus. Hm, 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 hm. Miene, Mütze. Kriegt das auch so hin hier? Ich sag ja. Jo, jetzt kriegt das mit einmal hin, oder wie? Ui. Das bringt überhaupt nichts. Muss das mit der Kanone machen. Das bringt auch nichts. D, D, D. Ups. Mal auf falsche Richtung gedrückt. Hallo, hallo, hallo. Umbleiben. Ich hasse das. Was? Diese Steuerung da drin im Fliegen ist so zum Kotzen. Hm. Hm. D, 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 D. Okay. Fehlen noch 17 Stück. Ach ja. Wirklich jetzt mal alle zu kriegen ist so. Nervig. D, 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 D. Oho. Okay, ich dachte schon, ich fall runter. D, 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 D. D, 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 D. Okay. Hmm. Find ihn ja nur noch sieben. Jo, wieder vollkommen dran vorbeigeflogen. Warum auch nicht? Ey. Da-da-da-da. Da-da. Jupp. Genau. Natürlich komplett wieder daran vorbeigeflogen beim Schießen. Hui. Hallo? Toll. Ah, das ist auch mal so. Das frisst aber echt die meiste Zeit. Ja. Und? Nochmal. Na komm. Den hat... Ne. Was ist das denn für ein Stern? Bei 97? What? Was ist das denn für ein Stern? Gibt es doch bei 100 eigentlich. Bei 100 Münzen. Nicht bei 97. Wait. Was? Oder war es das einen, den man schon hat? Hä? Ach ne, das ist der andere, wenn man durch die Ringe hier fliegt. Wow. Auf dem Rückweg keine einzige Münze mehr. Hier kriegt zumindest. Oder ist das denn mein Stern? Ich seh ja gar nichts mehr. Wo sind die ganzen Münzen hin? Genau. Dran vorbeigeflogen. Alles klar. Ja. Kann man mal machen. Okay. Ich bin der Meinung. Den hatte ich aber noch nicht. Hm. Egal. Ehrlich jetzt? Du, 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 du. Ach komm. Ich hab die ganzen hier ja schon dann. Autsch. Nein. Geh weg. Und? Boah, das war knapp. Welche ist das denn hier? Du, 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 du. Also, ich fliege alle Münzünge. Vielleicht hab ich doch gehabt. Naja, egal. Was soll's. Machen wir einfach weiter. Den, 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 du, 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 du. Das war... Okay, das hatten wir. Genau. Für drei Sterne war ja das Schneegebiet. Biberbock. Bop. Vor allem Biberbock. Genau. Biberbock. Biberbock. Rutsche auf der Eisbahn. An einigen Stellen herrscht eine extreme Rutschgefahr. Sie am besten zuerst im Schornstein nach dem rechten. Okay. Dö, dö, dö. Dö, 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 dö. Dö, dö, dö. Ist ja keiner. Ach ja. Ups. Und tschüss. Ach, cool. Was für ne Abkürzung. Hab ich auch noch nie hingekriegt. Ich bin sonst immer wirklich runtergefallen. Sonst gibt's die halt durch die Wand noch. Das weiß ich auch noch. Irgendwo. Weiß nicht wo. Oder zu... Ganz woanders. War ich nicht. Das war richtig schlecht. Naja. Das ist aber wieder das gleiche. Alles klar. Das hab ich früher glaube ich auch so hingekriegt. Dass ich sofort runtergefallen bin. Tschüss. Hab ich ihn da reinfallen lassen. Alles klar. Nein. Ich hasse diese Rutschmann eigentlich, ne? Hier war das Ding noch. Mit Leben. Was ich jedes Mal versammelt zu holen. Ich weiß, dass da was ist, aber... Ich bin fast runtergefallen. Ich hab vergessen, dass das ja so extrem rutschig ist, das Gebiet. Na gut. Als nächstes könnte man eigentlich... ...den kleinen Scheißer runterbringen. Ist auch sogar die nächste Sache. Komm mit. irgendwo konntest du dich doch unter porten war das nicht so ja dieses durch die wände gucken im teil noch nicht verharschen runter runter doch hallo hier geblieben ach komm du mal pinguin lass dich sonst da leben komm her und tschüss das war das mit der schneekugel wo man dich vorher voll die probleme hatte jetzt muss ich aber jetzt wieder hoch so das ging ja noch gar nicht das stimmt ja hätte so einfach gehen kann gerade naja was soll's hofft runter zu rutschen nein ich komme schon hoch ok was ist was war das daneben der rückwärtslauf move oder was das level ist echt so richtig mies jetzt weiß ich warum wieder warum ich das nicht so mochte naja hallo ouch ouch ist der hier rutsche ich natürlich wieder runter klar ey rossa ouch da war ja was von hier aus kann man nur hoch oder nicht oder ging das sehr später ist es echt so dass es sehr später ging komm ich denn da wieder hoch normalerweise eigentlich diese wege folgen also hochlaufen ich weiß noch vorher den kleinen pinguin runter geschmissen also den da der hier oben rum hängt hier was soll ich mit diesen früchtchen das ist nicht mein baby mein baby hat eine weiche zarte stimme und das sieht mir natürlich ähnlich ja ihr seht doch alle gleich aus danke per per ach komm komm her toll dann eben nicht okay also du komisch komisches ding meine och man ich muss das glaube ich immer so beenden wieder äh so dann sag ich auch mal kurz hallo ja hab zwar nur fünf minuten aber hey na wie geht's dir ben und hi du bist jetzt drei wochen krankgeschrieben ne das war knapp ne 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 viel gacke mit rücken aber kotze leider und ja das glaube ich dir bis 21 Ja, ich habe schon gehört, dass du drei Wochen krank geschwimmen bist. Weil wir uns ja auch gewundert haben, wo du bist. Ups. Ach ja, ich komme ja so nicht raus, nur zu sterben. Stimmt ja. Oh, das ist nur 14 Tage also. Okay. Ja, hieß das aber irgendwie. Hm? Aber was will man machen? Da steckt man nicht drin. Ach komm, jetzt springt viel vorbei. Okay. Level nochmal machen. So, jetzt nehme ich die hier mal mit. Ach man, ich hasse diese Pinguine. Aber besonders das Level hier. So, jetzt nehme ich die hier mal mit. Äh, ja, läuft da mal rum. Sonst läuft doch noch... Sonst läuft dann alles gut? Nee, Quatsch. Also Plan ist, dass ich am 21. wiederkommen darf. Aber das steht dann auch in den Sternen wegen, GI Group und so weiter. Ja, Angelo plant da Sachen bekommen. Alles für den Arsch. Ja, glaub ich dir. Vorsicht, Brücke zerstört, über quer das... Ist... Ist Stahl in der Hand... Ah ja... Ja, wenn man bedenkt, dass da wo ich das kriegen sollte... Ähm... ...nicht... ...kam... ...und ich dementsprechend einen Tag länger warten musste. Aber sonst? Ja, bringt echt Spaß. Mach mir das so. Okay. Ach, kommen Sie ruhig, Pinguine. Mh... Autsch. Musst du nicht, dass ich das wieder hinkriege, um getroffen zu werden. Die Steuerung ist nur so... Äh... Also so wie bei einem N64-Controller früher, ne? Und generell... ...ist die Steuerung immer noch zum Kotzen. Aber sonst bringt das Spaß. So, jetzt krieg ich den links nach unten. Mhm. Ich hab nur noch gefühlt, dass ich runtergefahren wäre jetzt. Die, die, die. Ey, wo ist der kleine Scheißer hin? Sag nicht, der kleine Scheißer ist wieder ganz oben. Ja, zum Verzweifeln. Aber so siehst du ja. Ich hab den da oben aus dem losgelassen. Äh, ja. Wo bist du? Sag nicht, der ist wieder ganz oben. Und das ist er nicht. Das ist so ein anderes Scheiß, Gül. Ja, ja. Und ich bin auch der Meinung, dass das hier mal war, dass du dich wieder hochporten konntest. Aber ich... Oder du musstest das freischalten. Und tschüss. Egal. Denk ich nochmal hoch. 追en mich? Musik. 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 Musik.